Das gibt's nur in Wern. Halt! Für Auswärtige ist dies Sperrgebiets. Was? Du willst also kämpfen, hm? Selbstschuld. Was ist los? Hä? Dieser Anhänger. Er stammt von einem Ritterorden, der vernichtet wurde. Du schuldest mir wohl eine Erklärung. Folge mir. Der Anhänger gehört meinem alten Freund, Tar. Woher hast du ihn? Wer ist? Der Anhänger. Der Anhänger. Der Anhänger. Wer ist? Musik Willkommen! Was führt dich zu mir? Der Necromant Sigmund ist wieder aufgetaucht? Unmöglich! Er starb vor 100 Jahren. Musik Was soll das heißen? Sigmund ist zurück? Völliger Unsinn! Wo ist der Beweis? Er ist tot. So etwas. Und das schon seit 100 Jahren. Da habe ich noch nie... Hm. Niemand im Senat scheint dir zu glauben. Als Königin muss ich die Meinung des Senats respektieren. Wie ist es dir ergangen? Was sagt er Ihrer Majestät? Ich werde versuchen zu kooperieren. Du solltest mit Reuter sprechen. Er ist für die Abenteurer-Gelde zuständig. Das ist für die Abenteurer-Gelde zuständig. Die Abenteurer-Gelde-Zegen Brauchst du vielleicht Hilfe? Götter! Hm? Wie kann ich helfen? Götter! 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 Zeit zu überprüfen! Abel, du bist... Halte dein Schwert richtig. Und eins. Eins. Oh, im Restaurant sollen sie essen aus. Und eins. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Seht nur! Der Bart von Legoross. War ein heftiger Kampf. Ich habe ihn abgeschnitten, als er auf mich sprang. Der Bart ist der Beweis. Ich habe ihn gescheitert. Ich bin für die Abenteurer-Gilde auf Burg Wern zuständig. Ich bin für die Abenteurer-Gilde. 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 Ich bin für die Abenteurer. Ich bin für die Abenteurer-Gilde. Ich bin für die Abenteurer. Ich bin für die Abenteurer-Gilde. Ich bin für die Abenteurer-Gilde.